Die rettende Hilfe der Heiligen Erzengel Die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Ja, im Lichtheim Erzengel Michael, Gabel und Raphael dürfen uns heute fragen, wie kann es uns gelingen, gerettet zu werden und in das Reich Gottes zu gelangen. Schauen wir zuerst auf den Heiligen Erzengel Gabriel. Gott zeigt uns durch ihn den Weg der Rettung. Er verkündet das Evangelium, das Wort Gottes. Bezeichnet sind dabei die Namen der Gnadenkinder, die er ankündigt. Johannes übersetzt, Gott ist gnädig. Und Jesus, Gott rettet. St. Gabriel bietet auch uns Gottes Gnade an. Wir dürfen gnadenvoll werden, wie Maria. Rein wie die Lilie, die er uns bringt. Das wiederum geschieht, wenn wir zuerst einmal Gott demütig für unsere Sünden und Vergebung bitten. Gott sei mir Sünder gnädig. Doch Gott will noch mehr. Gnadenvoll bedeutet erfüllt von Gottes Liebe. Ja, der nächste Schritt ist, Jesus will uns retten aus all unserer Lieblosigkeit und uns tiefe Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich selbst schenken. Mit St. Gabriel wollen wir beten, Jesus, ich nehme dein lebendiges Wort an. Verändere meine Gedanken, Gefühle, Worte und Taten. Lass mein ganzes Leben von der Liebe Gottes durchdrungen sein. Schauen wir nun auf den heiligen Erzengel Michael, dem Kämpfer gegen alles Böse. Die scheinbar so frommen Pharisäer bemerkten ihren großen Stolz nicht, mit dem sie Gott, Jesus selbst, und zu ihrer Rettung ablehnten. Hier braucht es den Schlachtruf des heiligen Erzengel Michael. Wer ist wie Gott? Dem stolzen Ruf Luzifers non serviam. Ich will nicht dienen. Besiegte und immer wieder besiegt. Doch aus eigener Kraft können wir diesen Kampf nicht bestehen. Wir brauchen das Schild des Glaubens, des heiligen Erzengel Michaels, das alle feurigen Geschosse der Hölle auslöscht. Und wir brauchen das Schwert des Geistes, des heiligen Erzengel Michaels. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Mit St. Michael wollen wir unser Taufersprechen erneuern, im Namen Jesu widersage ich dem Satan und all seinen Werken und all seinen Verlockungen. Ich widersage jeglichem Stolz, der Trägheit, dem Neid, dem Zorn, dem Geiz, der Unreinheit und der Unmäßigkeit. Ich glaube an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligem Geist und gebe mein Leben Jesus Christus hin, meinem Heiland und Erlöser. Schauen wir noch auf den heiligen Erzengel Raphael. Er ist der treue Wegbegleiter, nicht nur von Tobias, auch von jedem von uns. Er bringt all unsere Gebete in all unsere Nöten, Ängsten und Sorgen vor Gottes Thron und vermittelt uns dann die richtigen Heilmittel von Gott. Er hält auch einen Fisch in der Hand. Da denke ich an das griechische Wort für Fisch Ichtis. Die Urchristen sahen hier eine Abkürzung für den Glauben an Jesus Christus. Übersetzt heißt Ichtis Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser. Ja, Jesus ist unser Heiland und Erlöser, der uns von all unseren Gebrechen und Leiden heilen kann. Mit St. Raphael wollen wir beten, Jesus, ich gebe dir all meine Gebrechen, Leiden, Krankheiten, alle Ängste, Depressionen, ja alles, was mich quält. Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du, heile mich. Greife du mit deiner allmächtigen Hilfe ein und wirke jetzt ein Wunder und zeige mir auch die richtigen Heilmittel für Leib und Seele. Heiliger Raphael mit Tobias, Heiliger Gabriel mit Maria, Heiliger Michael mit dem himmlischen Heer, sei es uns auf unserem Wege Schutz und Wehre. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, unsere heiligen Schutzengel und Namenspatrone und alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachtig alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, euer Hab und euer Gut getroffen haben und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen, Orten, schlechten Bildern, Filmen, schlechter Musik übertragen worden ist. Möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes, euch von all euren Gebrechen, Leiden, Krankheiten, Ängsten, Depressionen, ja allem, was euch gefehlt, heilen und befreien. Und so segne, stärke und schütze euch, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Durch allem wünsche ich euch einen wunderschönen, gesegneten Sonntag.